Kapitän, beginnen wir Ihre letzte Beurteilung. Bewegen Sie Ihr Schiff zum ersten Kontrollpunkt. Gut gemacht. Wenden Sie nach rechts, indem Sie die entsprechende Schaltfläche halten. Fahren Sie zum nächsten Kontrollpunkt. Gut, vorwärts zum Wegpunkt. Sehen Sie sich um und finden Sie Ihr Ziel. Sehen Sie das Zielschiff. Bewegen Sie vorsichtig den Finger auf dem Bildschirm, um auf das Schiff zu schießen. Tippen Sie auf die Feuertaste zum Schießen. Volltreffer! Zoom kann Ihre Genauigkeit verbessern. Tippen Sie zweimal auf die Feuertaste, um eine volle Salve aller geladenen Geschütze. Guter Schuss! Beginnen wir jetzt mit der Ausbildung für Schadenskontrolle und Reparatur. Unser Hauptgeschütz ist beschädigt und das Schiff brennt. Tippen, um das Schadensbegrenzungsteam auszusenden. Problem gelöst. Verwenden wir jetzt einen Reparatursatz, um das Schiff zu reparieren. Versenken Sie das Zielschiff, um Ihre Ausbildung abzuschließen. Glückwunsch! Sie haben Ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Gut gemacht, Kapitän! Überprüfen Sie jetzt Ihr Profil und dann kehren wir zurück in den Hafen. Ausbildung zu können? Für mich ist es aber das Schiff, um die enfim, als sie eingeführt werden muss. Die Poetern mit dé Schulden sch intuitioniert und der N95 kann." Der N95-Kartes wird eighth Opassel und künftig MasIR Pasier Wir können jetzt neue Schiffe... Gehen wir zum Forschungsbau. Wenn Sie mehr Infos sehen wollen, tippen Sie auf die Schiffsblock. Links können Sie die Länder auswählen und sehen, welche... Wir können jetzt Stufe 2 Schiffe erforschen. Kreuzer sind viel... So, Herr Kapitän, Sie können jetzt in Zufallsgefechten gegen andere Kapitäne aus der ganzen Welt antreten. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Schlacht beginnt! Vielen Dank! Negativ. Gegnerische Ziele gesichtet. Gegnerische Ziele gesichtet. Gegnerische Ziele gesichtet. Gegnerische Ziele gesichtet. Gegnerisches Team erobertet den Bereich. Ziel getroffen! Gegnerische Torpedos gesichtet! Unser Team erobertet den Bereich. Gute Arbeit! Die Situation ist unter Kontrolle. Gegnerisches Team erobertet den Bereich. Zielbereich erobern! Wir haben den Gegner getroffen! Wir haben den Gegner getroffen! Wir werden angegriffen! Volltreffer! Unser Team eroberte den Bereich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alle Mann auf Gefichtsstation! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.